jo leute herzlich willkommen in der neue folge mein name ist alice tv wieder am start und heute spielen mir was bin mir heute vergessen keine ahnung was wir spielen was in diesem spiel geht es um autos wir autos gegen autos wie man baut in diesem spiel autos und kämpft gegen andere ich weiß nicht wie das spiel noch mal heißt ja großart kraft der story das heißt das game ist kraft das irgendwas jo leute was ich in diesem game toll findet man kann hupen also wenn jemand mich nervt dann hupen ich einfach ne ok also autos gegen autos hier steht an an diesem game und wir müssen basis erobern und man ich tue mich zu schwer wir müssen basis erobern und bla 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 gut wir gehen ins basis wo sind die anderen ich hoffe du gucken ja ich bin der einzige hier ich schwöre leute ich bin der einzige wo sie ist mein team team ja kann doch nicht wahr sein team die tot war ich schwöre die sind alle hier gibt man alle hier monat bombe die bunden nicht weg war ja was ich habe ihn doch umgebracht ist doch nicht dein ernst ok ja was ist mit der waiting fährst du bist du blind oder was hast du doch alles im hirn ja geh weg oder was ist mit der boge im fährst du bist du blind oder was hast du doch alles im hirn schuhe ja knack mich ab lan sorry bruder sorry man die sind alle hinter mir was für niederlage stehe plan der gehört mir ja okay weg oder was ist mit der bist du blind oder was ich werde hier abgeknallt de bloe geht mein weg ein paar schüchst und er ist hin oder noch auch schon hier wo ich auch schon hier land auch schon hier kommt ja leider wir haben sowieso sieg 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 so okay mein team das hintere was das so sich dreht pass auf ist ein radar der zeigt mir den gegner in 30 meter entfernt was in umgebung da sagt die alle behindert oder was wohl auch die können nicht fahren ja komm geh mal basis erobern kommt mit drei reifen hat er mehr power doch ich verstehe das nicht da ist ja ich sterbe war lach ich sterbe oh danke bruder du hast mir dein leben gerettet mit neun leben neuen hp habe ich über pfuh thank you brother ich kann nicht fahren heute warte ich komme auch so wurde wieso ich habe ihn zerstört ich habe ihn die ganze zeit abgeknallt wieso ist mich ich will ich werde jetzt gehösten hier ich sterbe wieso ist wieso estou wieso ich ich wieso ich wieso 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 ich wieso 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 Egal Leute, eine letzte Runde und dann geben wir auf. Also nicht aufgeben, sondern wir müssen beenden. Da, 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 da. Da kommt schon einer. Nachladen, nachladen. Schießen! Keine Gnade! Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Oh nein, wer bist du, wer bist du? Ich geh ab! Aber, nein, nein, nicht deine Ernst. Oder ich sterbe, vallach. Kannst du an? Ja, ich hab einen gekillt. Ja, geht weg, ja. Ich brauche Hilfe und Unterstützung. Ich brauche jegliche Unterstützung. Allah, ich bin gestorben, Allah. Ich brauche jegliche Unterstützung. Allah, ich bin gestorben, Allah. Oh, Allah, ich bin gestorben, oder? Kaumig-Kazaboy hat mich gekillt. Egal. Ja, Leute, lassen wir die weiterkämpfen. Mir egal, wer gewinnt oder verliert. Aber ja, das Spiel ist halt so neid und so. Ich sag mal, es geht. Es geht, ja. Es geht. Wir haben doch gewonnen. Es geht. So. Ja. Bewerten nicht vergessen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.